ALARM Ich bin doch in Frieden Ich bin doch in Frieden Ich wollte gerade sagen Ich gebe mir 2 Minuten und BAM Ich war angefangen und schon hat es mich Also wir versuchen es nochmal Vorbereiten zum Tauchen Kein Tapptapp Da ist einer Ja stirb doch Boah Stirb doch einfach Ja gehen wir jetzt runter hier Dankeschön Da geht es nicht Da geht es nicht Da geht es nicht durch Und da geht es auch nicht durch Das heißt denn das jetzt Da geht es durch Da oben ist auch einer Da drüben ist auch einer Ja Gehen die aber mal raus dann Der kommt zurück Okay Wenn ich jetzt hier durchschleiche Ich kann auch unter dem durchschleichendes geht Der sieht mich doch Wieso bewegt er sich nicht der hat mich nicht gesehen Der hat mich nicht gesehen Oh Oben einer und unten einer. Melde mich zur Stelle, Kapitän. Ich möchte in den nächsten 15 Minuten nicht gestört werden. Zu Befehl, Herr Kapitän. So, weg ist er. Wir haben oben... Fluten, fluten. ...wahrscheinlich einen... Oh, das ist Schleichspiel. Ja, ich liebe Schleichspiele. Unbedingt, unbedingt. Tapp, tapp, tapp. Der geht weg. Da oben ist einer. Oh, nee, echt. Das ist nichts für meine Nerven, hier, solche Spiele. Ja, die sehen das doch. So, er geht hier weg. Er geht auch weg, so. Na, ich komme hier nicht durch. Was? Ich komme hier nicht... Muss ich da drüben hin? Jetzt muss ich dem folgen. Da oben ist auch noch einer irgendwo. Da ist doch ein Müll, Müll, Müll. Ich will doch nur nach Hause. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich alles machen muss. So. Wo ich da alleine da komme? Türe zu. Die kann man nicht öffnen. Na, scheinbar nicht. Da ist auch wieder einer da oben. Wir folgen einfach dem Herrn hier. Der sieht uns auch nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Auf, lauf, lauf, ein. Und dann... Ja. Türe zu. Habt niemand gehört, hat niemand gesehen. Puh. So weit, so gut. Und nun... Machen wir hier auch mal zu. Gleich darüber habe ich keinen Schlüssel. Also ich denke, ich muss erst mal... ihn hier drüben... weghauen. Ah, keine Munition mehr. Oh, oh, oh. Freundchen. So. Huhuhu. Das Spiel, du. Das verdammte Spiel. Gibt's ja gar nicht. So. Also, die Kajüte des Captains. Keine Ahnung, wo die sein mag. Oi. Das gleiche Spiel hier nochmal. Ich habe keine Munition mehr für da. Handgranate, schlechte Idee. In diesem Moment. Ah, der ist alleine. Stimmt, der ist alleine. Du gehörst uns. So. Alles im Griff. Alles im Griff. Ich brauche Schlüssel. Ah. Hier spricht Nummer 7. Ich wiederhole. Hier spricht Nummer 7. Hier Nummer 1. Kommen. Ich habe das Auslaufen der USS Patriot vorgezogen, um die Ladung zu schützen. Bei den Spats hat es schwere Verluste gegeben. Nummer 11 weit nicht mehr unter uns. Enden Sie Ihren Kurs und gehen Sie im Hafen von Maryland an K.A.F.D.M. 10 vor Anker. Aber führen Sie Ihre Mission weiter aus. Rückbleiben. Erfüllen Sie Ihre Mission. Hier spricht Nummer 17. Erfüllen Sie Ihre Mission. Ich trete in wenigen Sekunden mit Nummer 1 in Verbindung. Finden Sie heraus, wer meinen Ruf beantwortet. Und wir wissen, wer Nummer 1 wirklich ist. Nummer 1. Nummer 1. Hier ist Nummer 17. Empfangen Sie mich. Hier ist Nummer 1. Was ist los? Ich habe die letzten Pläne an Nummer 11 übertragen. Warte auf neue Instruktionen. Sie sollten mich doch vor dem Signal nicht kontaktieren. Nummer 17? Hallo Nummer 17. Ich kann Sie nicht hören. Nummer 1. Ich war so dicht dran. Ich habe ja meine Vorahnung. Ich muss mir an sein Gesicht erinnern. Ich habe ja meine Vorahnung. Der... Soll ich das jetzt schon sagen? Was ich denke? Ja, ich denke nämlich der... Ich sage es jetzt einfach mal. Ich denke der Bruder des mordeten Präsidenten, der wird jetzt selber ins Weiße Haus. Und ich denke, er steckt dahinter. USS Patriot, geben Sie Ihren Zielort an. Kommen. Ziel Maryland. K.A.F.D.M. 10 Kommen. Nachricht erhalten. Ende. Außen Decks unter Wasser. Huck und Achtern unter Wasser. Halten Winkel von 12 Grad. Zu Befehl. So, also wir gehen jetzt in die Kajüte des Unteroffiziers. Denn wir brauchen ein Nickerchen. Die Frage ist nur, wo ist denn? Wo ist denn diese? Können wir das leise machen? Ohne hier Waffengewalt anzuwenden? Da schläft jemand. Also ich denke, wir sind nicht schießen, Alter. Das hört man doch. Ist das die Kajüte des Unteroffiziers? Nee. Ist zu klein. Wahrscheinlich zu klein für den Unteroffizieren. So. Andere Seite vielleicht. Das schnarcht die Leute. Schnarcht. Nee, ist ja unglaublich. Kann man da auch durch. Da kann man nicht durch. Das muss ja irgendwo da sein. Oder wir gehen rauf. Nee, das ist die Luke. Wir sind nachher rauf draußen. Da wir unter Wasser sind momentan, möchte ich nicht unbedingt raus hier, wenn es nicht sein muss. So, 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 so. Das muss doch der Offizierskabine. Das ist die Offizierskabine. Mal schließen. Sag mal, wir sind doch hier. Was willst du denn noch mehr? Krieg ich gerade nicht gebacken? Hallo? Ich möchte hier verstecken. Ist es, aha. Vielleicht da rein. Ein alter Ort, um sich zu verstecken. Auf 60 Fuß tauchen. Alle Luken prüfen. Steve Rowland. Ich verhafte Sie wegen Aldous und William Sherry. Beauftragt, ihn zu eliminieren. Jetzt ist er tot. Die Chirurg hat hervorragende Arbeit geleistet. Wenn Sie den Geist von Steve Rowland sehen, werden Sie Fehler begehen. Frei. Sein Name war Jason Fly. Sind Sie traub? Nummer 13 lebt. Informieren Sie Mongusen sofort. Er lebt? Unmöglich. Auslaufen in 15 Minuten. Position einnehmen.